Moin, hier ist der Wollitzer von der Moin-Show und ich finde eure 72-Stunden-Aktion von der Landjugend wirklich, wirklich klasse. Deswegen schicken wir euch natürlich auch unsere Reporter vorbei, denn wir wollen euch da unterstützen. Es gibt ja einiges zu tun hier und da. Ich habe schon was verlauten hören, welche Aufgaben es sein könnten. In Wietzendorf bei uns zum Beispiel wird fleißig geackert auch, da bin ich dann auf jeden Fall mit dabei. Und was ich noch sagen wollte, meine Lieben, trinkt nicht so viel. Ich weiß, es ist eigentlich nicht erlaubt, aber ich weiß, neben der Arbeit wird es ja doch getan. Liebe Grüße.